Meine Damen und Herren, da ist zu dem vorhergegangenen Lauf eine Anmerkung zu machen. Es ist ein Angriff erfolgt des weißen Hundes. Der Hund ist unter der weißen Decke, auf den Hund unter Rot. Darum wird der Hund unter der weißen Decke aus dem Lauf 58 disqualifiziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017